Du meinst meinen Schal, okay. Ich liebe dich auch, Baby. Hör ich dir? Wieso? Du verarsch mich. Nein. Gar nicht, aber du hättest das nicht sagen. Ich während der Aufnahme. Doch. Nein. Ein weißer Rucksack? Brauche ich nicht, kannst du dir aber gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Ich muss jetzt mal an Niveau 4, aber okay. Zum Reisen. Ist halt ein Reiseruchsack. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die brauche ich nur in Minecraft. Hhhhhhhhhh. Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss zuerst etwas anwesieren. Das läuft immer noch auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht drücken. Ich brauche ein Ziel. Ich muss Ära übrigens gleich nochmal hochladen. separat nach der Aufnahme. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Dann hoffe ich, dass es funktioniert. Ach, jetzt wo ich die Seiten nicht mehr brauche, dann droppen sie, weißt du? Ich muss zuerst etwas anwesieren. Ich kann diesen Zauber noch nicht drücken. So, und dann können wir wieder aus die Höhle laufen, wenn wir jetzt gleich den Typen da gekillt haben und geben die Quests ab. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein Level ab. Oh, oh ja. Und dann ist es nicht mehr weit. Ja, das haben wir schon so oft gesagt, aber es zieht sich halt momentan. Dieser Zauber ist noch nicht beharrt. Ich habe kein Ziel. Ich kann diesen Zauber noch nicht drücken. Ich muss zuerst etwas anwesieren. Wieso? Ich muss den einmal looten. Ja, hab den. Dann können wir wieder rausgehen. Ah, okay. Ich habe eine Abkürzung genommen. Tschüss. Dieser Wicht. Ich tu mich gut. Ist nur gut. Puh. Da hast du dir so gedacht. Ja. Schon. Tschüss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ja. Lass Hubertus und mich ruhig alleine. Hubertus, du machst das schon. Ja, ja, ja. Er wartet ja doch wieder auf mich. Warte mal. Tschüss. Tschüss. Ja, nee, klar. Tschüss. Ich hab's fast gar nicht. Tschüss. Tschüss. Ja, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist das eher auch schon wieder. Das erste oben ist jetzt mein. Denn das Spaß muss sein. Stirb. GZ Baby. Yay. 55. Tschüss. So, ich mache jetzt mal eben Autowalk an und lasse mal eben automatisch laufen, während ich mir mal die Flasche Wasser hier drüben schnappe und jetzt auch mal einen Schluck trinke. Ach, ist das entspannt. Ach, ja. So bin ich viele, viele Jahre durch WoW gelaufen. Einfach nur Autowalk. Oder beim Fliegen hast du keine Hindernisse auf die höchste Höhe und dann gib ihm. Aber Fliegen gibt's ja bald nicht mehr, wenn das so kommt, wie es kommen soll. Scheiß Blizzard. Ja, sorry, aber es geht gar nicht. Ohne Fliegen geht nicht. Geht einfach nicht. So, jetzt können wir abgeben. Und wir wollen sprechen? Jo, nur doch. Du bist 56? Ach nee, die ist 56. Schön wär's. Was machst du? Ich guck was. Uwe Karte. Uwe Karte? Uwe Karte. Okay. Ich hab gerade geguckt, wo wir als nächstes hingehen. Was ein Vorteil für uns wäre. Okay. So, was liegt an? Was haben wir denn hier? Belohnung wählen. Ich nehm mal den Heiltrank. Ich auch. Level up. Ja, hey, Glückwunsch. Danke. Weißt du, er ist geheilt? Ich bin geworben. Wohl schnell. Zu schnell aufgestellt. Soll man das annehmen? Ich überlege gerade. Nein. Luggles verlorener Pranzen. Oder? Ich hab eh einen Reiserucksack für dich. Doch, nimm mal an. Luggles ranzen. Hast du abgegeben alles, ne? Und so. Au. Du klagst dich nicht. Du auch. Die zwei abgeben. Die zwei abgeben. Seid gegrüßt. Ah, hier ist nix tolles für mich bei. Ich nehm das Amulett, weil es gibt zwei Gold. Mögen die Vorfahren euch schützen. Oh, weder für die Texte gibt's jetzt nix ordentliches. 8400 dp. Immerhin, ne? Jetzt können wir theoretisch nochmal zehn Seiten hinbringen und würden wieder dp. Ach, ja. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Wer Langeweile hat oder dp braucht. Hallo. Hallo. Was hat die denn? Geheimnis des Zwielichts. Er möchte, dass ihr acht Zwielichtschrifttafelfragmente bringt. Mhm. Drei Level noch, Baby. Seid auf der Hut. Ja. Und eine Quiz noch abzugeben. Huch. Tschüss. Oder will das nicht, dass wir zu ihm hinreiten. Seid gegrüßt. Liebste Natalia. Meine geliebte Natalia ist verschwunden. Um die Wahrheit zu sagen, sie hat sich schon Wochen vor ihrem Verschwinden äußerst seltsam benommen. Ich habe sie mehr als einmal dabei erwischt, wie sie zu sich selber sprach, obwohl niemand in der Nähe war. Doch sie behauptete felsenfest, dass mit ihr alles in Ordnung sei und sie ihre Forschung unbedingt fortsetzen müsste. Das letzte Mal hatte man sie gesehen, wie sie nach Süden in Richtung Bronzebats Lager verschwand. Leider stehen mir zu wenige Soldaten zur Verfügung für weitere Nachforschungen zur Verfügung. Nuviel und Palio. Ich brauche euch ihre Hilfe, um die Zwerge im Bronzebats Lager nach ihrem Verbleib zu befragen. Befragt Frank Hall und Rydgar. Na gut. Nehmt ihre verzauberte Scherbe. Es wird mir möglich sein, die Zwerge durch ihr Gegenstück zu hören. Jetzt weißt du übrigens auch, woher der Let's Player Bronzebiert seinen Namen her hat. Ach, das glaube ich noch nicht mal. Doch. Ja, hat er das gesagt. Ist das konfirmt? Ist das konfirmt? Because the English name of Bronzebats is Bronzebiert. Oh. Wo sind hier der, wo sind hier das andere, die andere Christen? Ilben. Wo, wo Ilben? Hier ist Ilben. Ich bin gefangen. Steig auf. Ah. Tschüss. Entschuldigung. Was hast du dir so gedacht? Doll ich? Tschüss. Ja, ja. Du. Was? Hallo? Was? Hallo? Hey. Sieh nix. Das ist echt übel. Übel schlecht. Was soll ich denn sagen? Ich hab noch jemanden auf dem Rücken. Ischimala. Oh, 10.000 gibt die. Ein Bogen und ein Dolch. Das ist scheiße für mich. Das ist scheiße, ja. Auch für mich. Ich nehm den Dolch, weil der gibt vier Gold. Vier Gold. Und 10.000 dp gab das, Baby. Yay. Oh, wie weit bin ich denn jetzt hier schon wieder? Abgegeben? Jo. 32 Prozent. Ja, ich 24. Unten. Tschüss. Oh, what? 2000 Schaden. Pappel ab, pappda. Bis wir bei dem nächsten Quest sind, ist alles wieder heil. Bis du heiratest, ist das wieder heil. Na ja, gut. Na gut. Was denn? Das wurde mir immer als Kind gesagt. Wenn ich mich irgendwie geschnitten hatte oder sonst irgendwas. Bis du heiratest, ist alles wieder heil. Ja. Und Indiana kennt keinen Schmerz. Die Sprüche kenne ich alle auch. Oh, wer kennt sie nicht? Wann habe ich heute so einen trockenen Mund? Ich weiß nicht. Mein Wasser ist gleich alle. Okay. Was machen wir da? Das ist auch eine Nebenwirkung von der Tablette. Oh, keine Ahnung, muss ich dursten. Verdursten. Sie wird verdursten. Geht weg. Nein, euch will ich nicht. Geht weg, geht weg, geht weg. 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 Du müsstest hier vorne nämlich gleich die archäologischen Dinger da sammeln. Das Kristalltal. Na, es sieht anders aus. Ja, kristallig, ne? Jetzt fast was Böses gesagt, aber ich lasse es jetzt. Was? Nee, ich lasse es jetzt. Was? Oder es setzt sich aus mit allen Monstern? Nee, ich wollte sagen, er rettet mich hier noch zu Tod. Ich wollte es ja nicht sagen. Du hast mich gezwungen. So, wir müssen jetzt hier diese Scherbendinger da einsammeln, die auf dem Boden überall verstreut liegen. Kriege ich die auch, wenn du die abbaust? Nein. Okay. Hier siehst du? So was hier, solche kleinen Dinger da, die blauen. Achso, ich muss jetzt echt einen Haltrang nehmen, weil du mir so viel Schaden gemacht hast mit deinen rum... Was? Mit deinen unsamten... Doch, ehrlich. Ich brauche ein Ziel. Von dem bisschen rumgehopse, oder? Erz, 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 erz. Baby? Marcel? Oh, bist du still? Nö. Ich habe sich was Böses getan. Ah, ah. Ah, ah? Oh Gott, wo? Boah, was ist das hier? Das ist das hier. Wo? Oh, boah. Wo meine Wörter? Wo meine Wörter? Liebea. Das lädt dich mal noch aus. Liebea. Oh, er... Oh. Kann ich nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Lala, wie viele Tafeln hast du? Oh, ich habe gerade mal angefangen. Zwei? Der hat bestimmt wieder schon wieder alle, weißt du? Und trappeln mit die Füße, dass es weitergeht. Ah, lalalala. Ja, so ungefähr. Ah, Pech. Sag wir mal, ich habe sechs. Das gibt's nicht, ey. Wieso? Ja, das gibt's wohl nicht. Das stinknormales WoW-Spielerverhalten. Lebe damit. Nö. Ich finde das unhöflich. Tschüss. Über eine Dame. Ja, ja, genau. Nö. Meine. Ja, okay. Ich lasse sie dir. Ich habe die zuerst gesehen. Das lädt immer noch auf. So, ich habe jetzt sieben von acht. Ja, ich habe fünf. Mhm. Okay. So, meine letzte liegt hier hinten. Mhm. Oh, oh. Oh, oh? Oh, okay. Ich ah ah. Oh, die Musik. Ja, ja, die höre ich auch gerade. Die kam normalerweise immer nur, ich gucke gerade gern in den Himmel. Die kam zum Kataklysmus immer dann, wenn der Deathwing gerade über dich drüber fliegt und dann Feuer springt. Aha. Cool. Aber das ist Gott sei Dank schon vorbei, das Event. Aber trotzdem gucke ich immer noch bei der Musik nach oben. Und dann. Okay.